was geht 2k family herzlich willkommen zurück zu einem weiteren video auf diesem kanal wir haben heute ein ganz ganz krankes gameplay am start ich werde das einfach nach kommentieren so wie es passiert ist und das nicht großartig schneiden das ist wirklich ein spannendes match gewesen gegen einen spieler der gar nicht so gut stand aber der irgendwie probleme gemacht hat von der xbox und ich glaube wir gehen einfach mal rein ich stehe 2 zu 0 zu dem zeitpunkt in unlimited war so ein bisschen auf meine gegner das ist mein line up wir haben oscar robertson kobe bryant scotty pippen chad holmgren christophs porzingis joe holliday julius irving king james joel and beat victor vanbanyama greek freak adam morrison und luka donchich und jetzt geht es darum das spiel zu finden okay hier geht es los defensiv settings gemacht wir haben hier den gegner mit dem namen gz roger 10 easy zonen von der xbox hat auch ein gutes line up steht 20 zu 18 also so wie es mir gerade eben noch in erinnerung gerufen habe mir stehen 39 14 by the way wird flex und machen den tipp auf gegen wenn man jama werden auch gleich wollen bei jama direkt ein wechseln das matchup gefällt mir einfach ein bisschen besser wenn da wollen wir gegen wambi spielt und das erste pick and roll von ihm ist erfolgreich 2 zu 0 für ihn wir stellen unsere offensiv settings 15 rebounds machen das meine time out und gehen dann direkt gleich weiter oscar robertson hat den ball versuchen uns jetzt hier erste taktik ist immer mit pick and roll und pick and fade abzuchecken was der gegner drauf hat wie fitter ist und ich wusste schon dass der gegner gut ist weil ich vorher gegen ihn gespielt habe und wenn das mit dem pick nicht klappt dann ist der nächste schritt irgendwie mit einem cut was zu machen das klappt jetzt an der stelle mit oscar robertson und den ausgleich geholt jetzt erst mal wieder der kollege der hat auch ganz viel mit pick and roll und pick and fade gespielt aber in dieser situation haben wir glück dass wir den ball abfangen können king james auf robertson und der mit seinen super guten release für die führung 52 aber gegen hat nicht aufgegeben das ist halt das ding das war wirklich bis zum ende knapp wenn ihr irgendwie sagt ich habe jetzt nicht eine halbe stunde zeit um mir das ganze anzugucken oder irgendwie wie ich nach kommentiere ist ein bisschen knifflig anzuhören dann spult gerne vor ins letzte viertel und gönnt euch einfach nur das letzte viertel aber wer sehen will wie sich das ganze hier entwickelt und wer auch so ein bisschen so full game defense sehen möchte und wie offens gespielt wird der sollte sich das auf jeden fall angucken also hier einige ich will es nicht kommt gameplay nennen aber es geht in die richtung es wird viel mit pick and roll gespielt mit picks mit cuts und gar nicht großartig über plays oder über was weiß ich was also ist alles ziemlich einfach gestrickt weil leute immer fragen welches playbook spielst du welche place benutzt du ehrlich gesagt einfach keine bachs bachs freelance 5 out bachs playbook iso 5 out und der rest ist über pick and roll dafür braucht man eigentlich das bachs playbook überhaupt nicht da reicht das freelance von den bachs hier wieder der pick von wenn man jama ich habe mich gefragt warum er das mit den picks so gut hinbekommen und das werdet ihr gleich in dem gameplay auch sehen er wird jedes mal mit kobe den ball nehmen wird sich ein pick stellen lassen von wenn man jama und wird es irgendwie schaffen coole würfe zu bekommen und mein problem ist ich kriege diese würfe nicht so weil er irgendwie das perimeter viel besser verteidigt aber zum glück komme ich in die zone durch und kann so meine punkte machen wir führen mit 9 zu 7 das hat jetzt hier gar nichts zu bedeuten ihr seht es schon wieder kobe bryant kommt durch und er kann dann immer diese entscheidung treffen er kann dann entscheiden habe ich den freien wurf ja ich nehme den dreier oder habe ich keinen freien wurf ich ziehe zum korb oder ich mache was anderes hier das erste mal ein play aus dem bachs playbook für die pippen für drei hat geklappt immer wichtig gegen solche leute auch so 3 plus führung zu haben weil dann werden die meistens nervös weil wenn dann der dreier dann nicht fällt und dann wieder scores dann führst du mit 567 punkte und dann wird es noch kniffliger die leute verlassen sich schon immer darauf dass jede possession scoren und wenn das dann irgendwann nicht mehr funktioniert dann ja dann merkt man meistens wie das spiel ein bisschen anders wird hier richtig schlau gewesen ich wusste er wird auf kobe spielen habe mit chat holgen in den passweg reingegriffen und kann dann scoren für jetzt mit fünf punkten so wie es gerade angesprochen habe und dann schauen wir mal wie der kollege darauf reagiert er hat auch mit oscar robertson seinen besten point guard aufgestellt und hier wieder mit kobe brian das ist zu einfach ich habe kein mittel gefunden zu dem zeitpunkt wie ich das ganze gut verteidigen kann man hätte eigentlich einen offball defender noch mal heranholen können irgendwie den oscar robertson point guard oder den small forward dazu holen dann irgendwie rotieren dass das ganze funktioniert aber jetzt müssen wir erstmal gucken dass wir selber scoren und hier haben wir wieder keinen ordentlichen wurf bekommen oscar robertson verwirft den dreier das war auch wirklich kein gutes timing da war keine daran nicht mal irgendwie so ein contest dabei oder so einfach scheiße gemacht hätte man geduldiger sein müssen wieder kobe bryant und diesmal hat diesmal hätte ich viel früher auf oscar switchen können er läuft sogar an mir vorbei den ball hätte man bestimmt stehlen können mit vier oder dem stick aber einfach die reaktionszeit super langsam pick von kobe diesmal habe ich mal pick and roll gespielt aber auch hier wieder gute verteidigung ich würde gerne wissen was der kollege eingestellt hat also wir haben hier wirklich schwierigkeiten kriegen jetzt mal einen freien wurf mit lebron und kriegen drei punkte auf unser konto 14 zu 17 und wir haben noch 112 in diesem viertel zu spielen wirklich hohes scoring niveau jetzt die frage natürlich scheiß die fans oder gute offens das liegt wahrscheinlich irgendwo in der mitte die wahrheit wieder einen guten screen gestellt bekommen von wambi oscar macht den reihen 9 prozent contest und das ist auch so eine sache achtet mal bitte bei den drei jahren auf die contest da kommen später noch welche die sind wirklich kriminell hoch contestete würfe die der rein macht und wir müssen uns hier unterm korb unsere punkte ergammeln und schaffen nicht mal das jetzt bei 17 17 noch 42 sekunden in diesem viertel wieder oscar robertson sehr gefährlicher spieler weil er diesen dreier hat weil er zum dank ziehen kann team so gut aufgestellt ist ist jeder spieler gefährlich hier mit wambi und chat hast du auch keinen big man der irgendwie nicht werfen kann auch immer so ein thema big mans müssen zu diesem zeitpunkt im game wirklich werfen können hier schön den bailout pass noch rausgehauen pass angetaue wurf angetäuscht und dann wieder zum 19 19 23 sekunden vor ende des viertels ja man kriegt in diesem ersten viertel schon einen ganz guten eindruck darüber wie dieses game laufen wird scoring 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 es wird wirklich darauf ankommen wer macht die ein zwei fehler mehr und wer wird das dann wer wird das bereuen wer wird bestraft und aktuell sieht so aus als ob wir den kürzeren ziehen vier sekunden vor ende zwei punkte hinten versuchen hier noch mal mit einem screen und wurf aus der bewegung aber kobe ist zu nah dran und so gehen wir aus dem ersten viertel raus mit 21 zu 19 wir haben unsere bank eingewechselt joholiday ist drin julius irving ist drin und scotty pippen ist auf den small forward spot gegangen wir passen hier noch mal raus hier mit glück dass der ball nicht weg geht ihr seht schon er reagiert auf die katz geht auf abstand aber in diesem fall kann er nicht verteidigen und wir bekommen das antwarn mit chat romgren sehr sehr glückliche situation hier jetzt die möglichkeit die führung zu erzielen und das machen wir auch also das antwarn das ist wirklich ein bailout gewesen aber ich will mich nicht beschweren denn ich weiß zu diesem zeitpunkt schon ganz genau jetzt wo ich es nach kommentiere der kollege wird auch noch seine dinger bekommen über die er sich wirklich bedanken kann kd hat er gespielt hat er konstant gespielt und hat auch ganz gut mit dem gespielt obwohl der release ein bisschen langsamer ist hat er auch freie würfe mit kd bekommen in dem fall zieht er zum korb wieder zu easy dieses im kreis laufen das ist auch zu viel zu dominant sage ich mal viel zu mächtig hier chat romgren macht den dreier nicht rein der war frei gewertet ich weiß nicht ob mein wurf verschnellert oder verlangsamt wurde auf jeden fall habe ich ihn nicht so getimt wie ich normal ist normalerweise time vom gefühl her war der gut aber er ging nicht rein im gegenzug bekommen wir den wurf rein liegen mit vier hinten müssen wieder mit dem cut arbeiten er verteidigt gut kommen jetzt mit chat brauchen wieder den ball bei einem ballführer kriegen den ball nicht rüber gespielt jetzt hat er die möglichkeit so richtig aufzubauen sieben oder sechs punkte vorsprung wenn das jetzt gut macht gibt den ball erstmal wieder auf kobe ihr wisst was kommt pick and roll guter screen von chat er hat ein switch erzwungen hier schlecht verteidigt wir bekommen den blog aber er wird noch gefault und den fiff den habe ich nicht nachvollzogen zu dem zeitpunkt wo er gepfiffen wurde hat jetzt wirklich die gelegenheit auf sechs punkte vorzugehen macht aber den zweiten freiwurf nicht rein und jetzt können wir wieder mit einem dreier den wir hier frei für dr j bekommen auf zwei verkürzen und das ist so wichtig diese one possession games dass man irgendwie dran bleibt immer die gelegenheit hat mit einem defensiven stop und einem dreier oder einem zweier in der nächsten aktion in ausgleich oder die führung zu holen geht hier in die corner wechselt wieder mit dem pro dribble style geht das ziemlich schnell hier fangen wir jetzt an zu rotieren haben hier einen fehler gemacht bekommen den switch nicht mehr und der macht mit einem wie den drei aus der corner rein wieder fünf punkte vorsprung zwei minuten sind in dem zweiten viertel rum und es zieht sich wirklich wie kaugummi aber es war während dem game wirklich spannend janes antetokumpo muss rauspassen auf pausingus wieder der cut und oscar robertson gegen drew holliday den darf ich niemals nehmen das ist wirklich wirklich schwach stoppt gerne das video und guckt mal wo man hätte hinpassen können in der situation habe ich nichts gesehen da war ich einfach zu ungeduldig hier muss ich jetzt in der defensive irgendwie wieder einen switch bekommen weil chad holmgren gegen pippen das ist schwierig stattdessen bekommt er wieder einen guten screen gestellt von chad holmgren der eigentlich nur brickwall auf silber hat ich frage mich wie diese wie diese picks so gut sein können joe holliday kommt gut durch wird geblockt ball im aus laufen uns frei mit joe holliday wollen den ball aber auf pausingus haben habe auf einen freien wurf spekuliert den bekomme ich nicht weil geht auf pippen screen wird gestellt block wird gezogen karte wird gezogen und da der dank unter dem korb da kann wambi nicht mithalten er muss jetzt auch die timeout nehmen ich glaube er wechselt jetzt auch weil er merkt dass sein wambi ein bisschen müde wird game geht weiter joe holliday ist drin julius irving ist drin kirilenko ist drin jan ist es drin und mbiet ist drin bei ihm ich habe nicht gewechselt und auch hier wieder jetzt mit julius irving mit picks vor allem jetzt hat er mbiet drin das ist eigentlich noch mächtiger ich hatte aber das gefühl und ich weiß nicht woran es liegt aber mit mb auf dem feld war weniger erfolgreich als mit wambi bei diesem ganzen screen kam und ich drücke selber pause im game wir spielen noch mal zurück wie geht so ein ding rein wir sind sechs sekunden vorm ablauf der shot clock wir sind eng dran mit kobe wir wissen was er macht wir verteidigen super eng hands sind ab und 21 prozent verteidigt und er kriegt den dreier das ist der erste der komplett vogelwild ist er führt mit 9 oscar robertson geht durch sind nur noch sieben punkte rückstand aber trotzdem so ein dreier der tut unglaublich weh und das war immer noch nicht der einzige ich sag schon mal voraus wirklich wirklich krass du holliday hat den ball und da geht er ins aus auch mal glück gehabt und dann haben wir eine offensiv den ball janis screen sie rein kriege ich wieder nicht oscar robertson screen von pausing es geht auf der anderen seite durch und macht den stick dank rein zum 31 zu 36 game geht weiter er wieder mit seinem shooting guard julius irving in dem fall mit einem pick versucht den dreier kriegt den freien dreier nicht kriegt den drive nicht und dann kommt der cut ich weiß nicht was ich da gemacht habe aber ich bin ehrlich den zweier mit janis den darf er wegen mir den ganzen tag werfen generell diese ganzen zwei die danks und die mit rangers die er dann bekommt die nehme ich weil wenn ich meine zweier mache so wie jetzt hier ganz ganz lucky in dem fall mit kobe bryant oder wenn ich meine dreier mache dann halte ich den abstand beziehungsweise ich verkürze den abstand und das ist am ende vom zweiten viertel für mich voll in ordnung weil wir haben noch genug zeit um das game zu drehen wir sind jetzt hier im post mit kobe bryant gegen janis an de kumpo keine chance habe es zwar schon ein paar mal geschafft mit kobe da janis irgendwie zu stoppen aber ich gehe mal davon aus dass er sein diamond janis auch irgendwie mit badges vollgepumpt hat wie ich mein sonst würde der den diamond janis nicht spielen hier ein pick and fade für christophs porzingis oscar robertson und christophs porzingis die zwei neulinge hier in der kombination der release von porzingis ist wirklich wirklich geil und er hat eine 88 stärke das heißt er kann sich auch in der zone zum teil durchsetzen julius irving macht natürlich den dank wieder rein keine chance gegen diesen kollegen hier wir versuchen noch mal was zu machen in den letzten acht sekunden oscar robertson geht durch muss mit dem cut kommen und das ist immer so lucky wie oft hätte er den eigentlich abfangen können wie viele punkte in der zone mache ich hier eigentlich schon wieder und wie ekelhaft ist das wenn man so über die cuts kommen muss wie ich in diesem game aber es geht nicht anders weil ich krieg keine freien drei hat die drei aus der bewegung nämlich sehr sehr ungern und so müssen wir im dritten viertel jetzt wieder gucken dass wir vorankommen oscar robertson geht wieder rein five out screen kommt von kobe bryant diesmal ist es ein pick and roll weil ich wusste und da drücke ich mal ganz kurz pause um das mal deutlich zu sagen ich habe gemerkt pick and fade hat er so gut verteidigt dass ich dann nicht durchgekommen bin wahrscheinlich hat er switch all defense eingestellt was auch immer keine ahnung jedenfalls dachte ich muss irgendwas ändern und dann habe ich meine picks nicht mehr pick and fade gestellt sondern einfach pick and roll und dann geguckt komme ich mit dem ballführer durch da kann ich abspielen rotiert der da hinten hätte eventuell auch janis den ball mal bekommen können der da in der corner steht oben am flügel aber jetzt hat es mit kobe bryant geklappt 40 zu 42 das game ist super eng wir haben jetzt gerade mal 30 sekunden nicht mal 30 sekunden in diesem dritten viertel rum und es sind hier schon 80 punkte gefallen das ist ein high scoring game hier hat er mich komplett hops genommen weil ich dachte der kat kommt ich wollte den kat verteidigen gut nimmt den mit ranger ich habe ja eben was über die mit ranger gesagt das ist für mich völlig in ordnung hier ein play für den dreier von oscar robertson den pass bekommt hat den wurf nämlich und ich krieg die freiwürfe das ist wirklich wirklich geil dass ich den noch bekommen ein bisschen lucky aber ganz ehrlich den bekommen andere auch und das ist okay das ist die rache von dem 21 prozent verteidigten dreier der reinging und oscar robertson hat wirklich auch einen super entspannten release der da jeden rein macht ich feiere die karte wirklich sehr oscar robertson ein ein richtiger gewinn und es war uns schon am donnerstag im stream klar dass diese karte richtig gut sein wird hier haben wir es gut und ins screen rum geschafft dann kommt er mit dem spin move und dankt uns auf die nase ich hätte nicht gedacht dass er hier den dank auspackt ich dachte eigentlich hätte eine ganz gute verteidigungsposition oscar robertson hat gleich takeover spielen hier auf jan das ante de kumpo cut von pause von pippen und so machen wir unsere punkte so machen wir unsere punkte wir müssen über die defense kommen weil er wird irgendwie immer scoren ich werde irgendwie immer scoren es geht darum wer macht die fehler in der offence und er macht keine fehler der zählt zum glück nur für zwei ich weiß nicht wie der nur für zwei zählt der für zwei warte mal ganz kurz ja er stand da mit dem rechten fuß an okay nur für zwei aber ich nehme es drei punkte vorsprung für den gegner oscar robertson wieder am ball pick and roll mit kobe bryant genauso wie es gerade gesagt habe und wir nehmen die zwei punkte wieder mit abstand bleibt auf einem punkt und jetzt ist er auch wieder unter zugzwang diese situation ist gar nicht so einfach ich habe ja gerade gesagt es ist relativ gut für den kopf wenn man so mit 456 punkten führt dass man sagt okay ich kann eine possession verkacken und habe danach immer noch die gelegenheit meinen vorsprung wieder herzustellen selbst wenn der gegner scoret jetzt ist es so der führt zwar aber im kopf ist die situation wenn ich jetzt nicht score dann verliere ich die führung und genau das hat er jetzt jeden angriff solange ich dran bleibe hat er das jeden angriff und das ist stress wieder so ein komischer wurf und da bekommt er jetzt die freiwürfe drei stück für sein julius irving auch da müssten eigentlich alle reingehen das heißt seine führung wird auf vier punkte vorgehen nummer zwei geht auch rein und nummer drei für den afro man mit der nummer sechs geht auch rein ja vier punkte wieder aufzuholen das bedeutet diese situation von der wir gerade gesprochen haben die können wir vergessen oscar robertson hat jetzt ein takeover wir gehen durch pausingus easy layup zwei punkte rückstand also oscar robertson leute wer ihn noch nicht hat dieses gameplay ist eine empfehlung der gegner ist wirklich stark auch wenn sein record das irgendwie nicht hergibt ich weiß nicht wie dieser dreier der tut so weh fünf punkte rückstand dieser dreier hat mich komplett aus dem konzept gebracht oscar robertson komplett scheiß entscheidung was mache ich da was was hätte man da anders machen können also er takeover du kannst eigentlich so viel machen und jetzt stopp hier entscheide ich mich hoch zu gehen scotty pippen zack scotty pippen steht komplett frei die frage ist wie wäre der pass angekommen wahrscheinlich scheiße das ist so ärgerlich vor allem wenn man sich das im nachhinein so anguckt den moving dreier hat er fast genommen ich bin mir nicht sicher ob der nicht sogar reingegangen werden holly day und dann das fort von der cpu er kann seine führung jetzt wieder auf acht punkte ausbauen erfüllt mit fünf an der ball geht auf joe holiday der den drei er bekommt 49 prozent verteidigt du holly day aus der corner gerne noch mal weil es so beschissen ist und das ist der zweite dreier von der sorte holly day gegen scotty pippen und dann nehme ich erstmal die timeout und ich glaube dann habe ich auch die pause gedrückt und hab ja ich spreche gerade mit ihm und frage wie der send sich so anfühlt weil ich werde auch wahrscheinlich gleich die pause drücken und dann werden wir sehen dass der kollege 100 prozent dreierquote gerade hat hier hat 57 punkte er hat 22 von 23 würfen getroffen 22 von 23 würfen getroffen und du willst mir erzählen du hast kein sen kommen wir haben noch zwei minuten 30 in diesem dritten viertel acht punkt rückstand wieder das play das hat er nicht so richtig unter kontrolle bekommen sehr sehr geil vor allem mit der play badge von oscar robertson gibt noch mal ein boost auf den wurf von julius irving kommen wieder auf fünf ran 57 zu 52 es ist high scoring hier kriegt er den dreier nicht mit katie und das ich meine ich mache es genauso aber es ist so ekelhaft dagegen zu spielen pick and roll funktioniert nicht und dann direkt der dreiecks cut das wollte ich nicht mit dem dribbling hier wieder der card pausing ist ich habe wirklich glück dass er versucht irgendwie mit seinem user also er wechselt an den spieler so dass er den verteidigt der reinkattet und hat es irgendwie nie geschafft diesen ball abzufangen das war sehr sehr wichtig für mich in den situationen hier versuchen wir auch den ball mal abzufangen schaffen es nicht fünf punkte rückstand immer noch kobe bryant ist wieder drin jetzt merkt ihr ihr merkt jetzt gleich wenn ihr darauf achtet nachdem ich es euch gesagt habe ich gehe weg von dieser verteidigung wie es bisher im pick and roll gemacht habe ich werde jetzt immer wenn der shooting guard den ball hat immer zwischen dem point guard dem small forward und dem center und dem ballführenden verteidiger immer hin und her switchen ich werde immer versuchen von der seite auszuhelfen von der seite wo ich glaube wo als nächstes hin läuft und so nehmen wie möglichkeiten zum korb zu ziehen und freie dreier zu nehmen und wenn ich mein move gemacht habe dann gehe ich auf den center und verhindert den cut achtet mal drauf das hat sehr sehr gut geklappt erstmal hier post von kobe und der stil und jetzt die möglichkeit ich nehme nicht den dreier oscar roberts nimmt den dank drei punkte rückstand drei punkte rückstand und hier überlege ich ob ich oscar roberts auswechseln soll weil er nur noch im 70 im tiefen 70er bereich bei der ausdauer ist aber mit der play badge kannst du ihn eigentlich nicht rausnehmen hier kommt der gegner nicht durch hier wieder auf lebron james auf chat mit dem blog bisschen lucky aber es ist genau das was ich euch gerade gesagt habe kommen mit julius irving hier nicht durch der pass war super lucky der pass war auch super lucky und das gehört einfach auch mal dazu ganz ehrlich das gehört auch einfach mal dazu ein punkt rückstand für den gegner jetzt wieder diese situation im kopf und jetzt achtet darauf chat ach da hat es nicht gut geklappt so wir sind jetzt auf immer auf lebron auf julius guter pass guter guter pass drei punkte es ist einfach auch man muss es sagen es ist halt auch einfach ein guter gegner gewesen wieder das play für julius irving für drei diesmal verteidigt er ist einigermaßen gut zweite option ist der screen von paul singes und der dank und das funktioniert nächste option wäre pick and fade von paul singes das muss ich mir aber noch drauf schaffen in der situation bin ich im kopf zu langsam da noch den pick and fade rein zu drücken aber so wie es jetzt gespielt wurde als zweite option funktioniert das player eigentlich ziemlich gut so wir sind jetzt in der corner bei kobe versuche mit julius irving chat holmgren lebron james ein bisschen hin und her zu switchen julius irving steht vor chat holmgren und es reicht für acht prozent und dem shot release um den shot release zu stören kart von paul singes und hier das erste mal seit glaube ich dem ersten viertel die führung wir haben uns die führung zurückgeholt 61 zu 62 61 zu 62 und wir haben immer noch ein ganzes viertel zu spielen es ist einfach nur wild und die letzten drei sekunden versuchen wir noch mal zu scoren gegner hat getroffen ich habe ich habe aus versehen vorgespult so dass noch mal die punkte von uns oder war aber schnell unterwegs hier katie auf oscar robertson kart von haumgren ok 5,8 sekunden er ist gott noch mal jetzt versuchen wir das ganze auch der ball ist zu beginn des vierten viertels beim gegner das heißt es wäre wichtig wenn wir irgendwas schaffen aber ich krieg keinen guten wurf in schade viertes viertel let's go jetzt ist crunch time wir bringen luka donjic der gedanke war defense und größe aber ich weiß nicht warum ob ich irgendwie zu nervös war oder ob ich irgendwas ob er irgendwas ausnutzt aber wie luka donjic da an dem robertson entlang geslidet ist hatte ich keine chance das ding zu verteidigen das war komplett schlecht und ich sag schon mal so viel vorweg ihr werdet es gleich noch mal sehen hier verliert luka donjic den ball gegner hat jetzt die gelegenheit auf fünf oder sogar sechs punkte vorzugehen oscar robertson wieder einmal und wieder glitscht der irgendwie was macht luka donjic schlechte defense ballverlust schlechte defense der typ hat in der situation mindestens sechs punkte gekostet und genau die führt er jetzt auch also erfüllt mit 56 punkte bräuchte man für den sieg wir vertrauen aber luka donjic wir machen weiter pick von wambi wir gehen durch kommen nicht durch pass geht raus cut für chat holmgren und dann das foul auch wieder lucky fall call und ihr seht wie ich direkt luka donjic wieder auswechselt das bild bei nummer eins geht rein sehr sehr wichtig bei auf nummer zwei ist auch drin halleluja halleluja dass der reingehen drei punkte das ist eine possession jetzt die fans dann den dreier und dann haben wir ein ausgeglichenes spiel zu viel platz er traut sich aber nicht zu werfen ganz ehrlich ich glaube den hätte er nehmen können hier das pick and roll zwischen kd und wambi war die perfekte situation für uns zu switchen aber er holt wieder die freiwürfe raus macht den ersten rein so krass oder wie einfach alles mit pick and roll pick and fällt geklärt wird bei solchen games man braucht diese playbooks gar nicht man braucht nur sein freelance fürs five out und dann geht's los hier nämlich er wird nicht reingehen ich dachte so alles oder nichts alles oder nichts entweder ich mach den jetzt rein moving mit luka von der seite bin ich eigentlich stark wenn der reingeht gewinne ich das game wenn er nicht reingeht dann muss ich kämpfen und ich nehme diesen wurf irgendwie fünf sekunden in der shot clock und er geht nicht rein fast ein airball richtig dumm und ich habe mich so geärgert in dem in dem augenblick wo ich abgedrückt habe und wusste der wird nicht reingehen weil gegner baut auf sieben punkte aus wir haben noch drei 40 in diesem ganzen spiel und der gegner scoret und scoret und scoret hat gefühlt eine wurfquote von 80 prozent nächster cut diesmal von wambi kann er nicht stoppen kann er einfach nicht stoppen aber es ist so krass es ist einfach katz 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 karten das spannende an diesem gameplay ist einfach kann ich es irgendwie verteidigen wieder luka donchitz der uns zwei punkte kostet weil es zu einfach ist der verteidigt hier gerade als ob er die andere pink diamond karte wer die keine defense hat und das ist krass weil er ist es nicht scotty pippen ist aber auch wirklich frech gerade und versucht dir die steals zu holen weil er einmal gemerkt hat dass es geklappt hat und dann sind die leute direkt die geier haben wieder den ball screen von wambi cut von wambi täusche an und dann geht das ding rein gold handing call keine sorge kopf zählt fünf punkte rückstand kobe bryant kommt rein robertson ist wieder drin und jetzt noch mal drei minuten vollgas geben für den sieg er cuttet mit robinson robertson ich switche das robertson und da ist der stil die rotation die gucke ich mir gerne noch mal an achtet auf achtet auf chat holmgren achtet auf robertson wie er jetzt übernimmt und chat holmgren jetzt vier gedrückt perfekt besser kann man es nicht machen natürlich riskant aber wenn es klappt easy points und irgendwie auch so ein mind game für den gegner jetzt erstmal mit der situation umzugehen nachdem so ein ball abgefangen wurde und ihr werdet sehen die defense ist jetzt gleich auf einem anderen level die defense ist jetzt auf dem level weil ich einfach zu 100 prozent verstanden habe was er macht und wie ich stoppen kann helfe aus mit chat helfe aus mit pippen gehe auf robertson helfe hier hat er luck hat er wirklich schlag dass ich irgendwie irgendwo habe ich einen fehler gemacht viel zu freier dreier mit kd pick and roll für chat let's go und jetzt hat chat holmgren rim protector takeover badge und das kann spiele entscheidend sein oscar robertson wieder den ball bei ihm wieder ein pick mein oscar robertson kommt durch gute verteidigung gute verteidigung wo ist der cut wo ist der cut wieder ein pick and roll für kobe das ist bitter versuchts mit kobe was kann er machen der muss zum korb ziehen aber er hat zu viel respekt vor wambi gehabt und geht in die corner die war komplett zu wambi der pass war vielleicht zu riskant wir liegen nur noch zwei punkte hinten ist noch 154 154 und wir liegen zwei hinten das waren zwischenzeitlich glaube ich sieben oder neun punkte und jetzt sind wir da wieder das pick and roll prediktet muss den switch hier nehmen switch wieder zurück er nimmt den drei mit wollen bin ich das ist auch gut für mich bin auf chat weil ich die bewegung sehe bin auf oscar weil ich die bewegung sehe und habe es eigentlich bis hierhin gut verteidigt fünf sekunden noch bleibt am screen hängen und das ist wieder gut verteidigt weil er diesen ersten dreier nicht bekommt ich muss noch mal zurückspulen sorry leute so wir haben jetzt noch sechs sekunden auf der shot clock er bekommt diesen dreier der kann ihn gar nicht so schnell nehmen seht ihr wie oscar robertson hier von wambi vergenusswurzelt wird entweder er spielt jetzt den pass und er wird abgefangen von pippen wenn ich schlau bin den wurf kriegt er so schnell nicht los deswegen läuft er noch weiter jetzt ist pippen schon da ich weiß aber dass er jetzt auf katie spielen wird weil er hat das eben auch schon gemacht ich gehe zurück auf katie und komme mit dem contest noch schnell genug dran auch weil katie einen sehr langsamen wurf hat und kann verteidigen und jetzt oscar robertson mit dem ball bei 1 26 rest pick and fade von chat holmgren der pass kommt er lässt chat holmgren mit batch im pick and fade durchlaufen das ist einfach nur ein anfänger fehler was willst du machen und hier das fall das nehme ich gerne ist das erste fall können wir noch beim nächsten mal gibt es freiwürfe für den gegner versuchen jetzt hier den ball irgendwie abzufangen er will auf robertson ist auf kobe und unser kobe fängt das ding ab kommt irgendwie aus dem dribbling raus ich nehme die timeout damit wir gleich nochmal einen ordentlichen einwurf nehmen können aber das war jetzt wirklich in den letzten anderthalb minuten elite defense gegen einen cheesy ich will nicht elite sagen aber gegen einen sehr guten spieler so einwurf für uns kobe hat den ball 112 irgendwie scoren irgendwie scoren irgendwie scoren wambi bekommt den freien dreier der freien zweier macht ihn rein aber ball im aus selber nochmal angucken das ist zu wild da bin ich eigentlich durch wir sind gegen kawaii leonard und wir kriegen die bump animation ich passt den ball eigentlich raus aber wir kriegen den ball nicht rechtzeitig los das ist so bitter wir kriegen den ball nicht rechtzeitig los und deswegen ist er im aus wahnsinn wieder julius irving der traut sich der nicht zu nehmen janus muss an den korb und chat holmgren mit der rim patch kommt nochmal an den hatte es tut mir leid leute aber ich muss mir die situation noch mal angucken das ist so krass im nachhinein da dachte ich ehrlich gesagt der ist durch er traut sich den nicht zu nehmen und wahnsinn chat holmgren mit batches war die cpu und da geht oscar robertson durch drei punkte vorsprung 48 sekunden noch wahnsinn 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 es ist so schwer zu verteidigen in diesem game im beat wambi robertson robertson ist da er hat jetzt true holiday wegen der defense eingewechselt pippen rotiert wambi rotiert chat rotiert und dann ist das ding wieder bei uns es ist der win gewesen wenn er wenn wir jetzt nicht den ball verlieren wenn wir das jetzt nicht komplett dumm anstellen dann ist das der win chat holmgren täuscht an macht den korb leger rein wieder gold handling fünf punkte vorsprung es ist ich kann es jetzt vorweg nehmen der sieg 15,9 sekunden noch gegner macht glaube ich nichts großartiges mehr wieder ball fast verloren wir verteidigen weiter hart sind bei pippen sind bei kobe nächster stil fast ja und jetzt noch drei sekunden jetzt ist alles scheißegal nimmt den lena mit janus und das war's leute das war wirklich nicht zu viel versprochen im letzten viertel oder gg's an den gegner ich weiß nicht wie der 20 zu 18 steht ich weiß nicht ob der also jetzt 20 zu 19 ob der 19 mal gegen leute wie mich gespielt hat dass der da verliert aber taff 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 wenn euch das video gefallen hat lasst ein like da abonniert wenn ihr neu seid guckt euch gerne was ab vor allem die cuts guckt euch gerne den spielbericht an ich werde das jetzt unkommentiert lassen guckt euch vor allem mal die wurfbote in der ersten halbzeit von dem kollegen an vergleich die mit der zweiten halbzeit und bis dahin bin ich jetzt erstmal raus bei bei abonniere Untertitelung des ZDF, 2020